Ich bin eine Legende. Der Tod hat keine Herrschaft über mich. Schau mich an, so wie ich jetzt bin, und du würdest mich nicht veralt halten. Und doch wurde ich im Jahre des Herrn 1330 geboren, vor mehr als 600 Jahren. Ich war so vieles im Laufe der Zeit. Arzt, Koch, Lehrer für Sprachen, Chemie, Gesetzeshüter und auch Dieb. Doch zuallererst war ich Archimist. Aber ich werde mich nicht kampflos ergeben. Denn ich bin der unsterbliche Nicola Flame. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020